Hallo ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute möchte ich wieder eine Marke für euch testen, die vielleicht einige noch nicht kennen. Einigen anderen sagt sie aber vielleicht was. Und zwar geht es um Laura Lee Los Angeles. Laura Lee ist ja eine amerikanische YouTuberin, die anfangs sehr viel Beauty-Content gemacht hat, mittlerweile aber so ein bisschen eher in die Lifestyle-Richtung, hätte ich jetzt gesagt, geht. Und ja, ich mag sie sehr gerne. Manchmal ist sie mir ein bisschen zu quirlig und zu laut, aber ansonsten finde ich sie sehr, sehr sympathisch. Und ich wollte schon länger mal bei ihr bestellen. Ja, die hohen Versandkosten habe ich aber immer so ein bisschen aufgehalten. Jetzt über Black Friday gab es aber einen sehr, sehr guten Deal, weshalb ich dann doch bestellt habe. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was ich mir bestellt habe und werde dann noch einen Look für euch schminken. Genau. Und zwar hatte ich mir einmal die Nudie Patootie Palette bestellt. Die wollte ich schon ganz lange mal testen. Und das ist sie. Ich finde die einfach vom Farbschema her sehr, sehr schön. Ist so ein bisschen neutraler, also so neutral Browns, aber ihr habt trotzdem so ein paar wärmerstichige Töne mit drinnen. Und ich muss sagen, das, was ich bis jetzt von Laura Lee Los Angeles gesehen habe, was so Swatches angeht oder ja, schon bei ein paar anderen YouTubern habe ich die Produkte natürlich auch gesehen. Sah immer sehr, sehr gut aus. Also die Shadows sahen für mich super aus, dass sie gut performen, dass sie einfach zu verarbeiten sind. Und ja, deshalb freue ich mich jetzt natürlich auch, die Produkte zu testen. Genau. Also einmal die Nudie Patootie Palette und dann habe ich mir die Nudie Number Two Palette bestellt. Das ist so die neueste Palette, die sie rausgebracht hat. Und die sieht so aus. Jetzt so ein schönes Burgunderrot drinnen und so ein Rosy Shade. Genau. Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Die Paletten fühlen sich wahnsinnig hochwertig an. Ich schreibe euch die Preise dazu unten in die Infobox rein, weil ich mir gerade nicht sicher bin. Ich hatte sonst ein spezielles Bundle, was ich da gezahlt habe. Genau. Aber ich schreibe euch die Preise in die Infobox. Und dann hatte ich mir noch einen der Liquid Lipsticks gekauft, und zwar die Farbe Topless. Jetzt habe ich halt schon was auf den Lippen drauf, aber den trage ich einfach dann nachher noch drüber. Genau. Weil die sollen auch sehr, sehr gut sein. Ja. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Gut. Ich würde gerne was mit der Nudie Number Two schminken und würde als erstes mal in Low Cut geben. Das ist dieser schöne Ton hier. Und den trage ich mir mal mit einem großen Pinsel in die Lidfalte auf. Ich habe wie immer meine Lidschatten Base benutzt. Das ist der Paint Pot von MAC in der Farbe Soft Ochre. Und die Base ist gesettet. So arbeite ich ja eben am liebsten. Bei solchen Indie Brands oder Brands, die jetzt nicht so Mainstream sind, sage ich immer gerne auch was zum Bestellprozess dazu, weil ich das selber sehr interessant finde. Und weil ich weiß, dass einige von euch so ein paar Marken schon ins Auge gefasst haben, aber eben noch nicht bestellt haben, weil sie noch nichts zum Bestellprozess mitbekommen haben. Deshalb finde ich das immer sehr, sehr aufschlussreich. Also, Laura Lee Los Angeles ist wie gesagt ein amerikanisches Indie Brand. Ja. Ihr zahlt wieder einen relativ hohen Versand. In dem Falle wieder diese 23 Dollar ungefähr. Das ist ja meistens so zwischen 21 und 23 Dollar, wenn ihr in Amerika bestellt. Außer ihr seid eben bei den größeren Marken, die ab einem gewissen Wert versandkostenfrei anbieten, wie zum Beispiel Colourpop. Aber die kleinen Indie Brands lassen sich halt das Paket herschippen, bezahlen, so wie es halt natürlich auch kostet. Weil von Amerika hierher zu schicken, ist nicht so günstig. Und gerade bei den kleinen Brands verstehe ich auch, dass sie sich den Versand halt komplett bezahlen lassen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber es hält einen natürlich schon so ein bisschen davon ab, dort zu bestellen. Ja. Also wie gesagt, 23 Dollar habe ich bezahlt als Versand. Hat sich für mich beim Black Friday Deal aber gelohnt, weil ich ein bisschen mehr sogar als den Versand, glaube ich, gespart hatte. Und somit war dann der Versand kostenlos, in meinem Kopf zumindest. Und deshalb hatte ich dann auch bestellt. Ja. Das Paket war relativ schnell hier, muss ich ehrlich sagen. Für eine Bestellung, die aus Amerika kommt, ging das wirklich schnell. Ich hatte auch gar keine Probleme. Ich musste natürlich wie immer die Steuer nachbezahlen, also mein Paket bei der Post abholen und die Steuer nachbezahlen. Das sind es immer so ungefähr um die 15 bis 20 Prozent von dem Wert, was ihr eben bestellt habt. Genau. Lasst mich überlegen. Was sage ich immer noch dazu? Genau. Ihr zahlt immer noch die 6 Euro Auslagepauschale bei DHL. Das ist halt einfach, weil die das für euch vorversteuern. Das heißt, die legen das Geld sozusagen aus. Und ihr bezahlt es ihnen dann. Und deshalb wollen sie halt diese Auslagepauschale von 6 Euro. Ich werde jetzt hier nicht nochmal mich drüber aufregen, dass ich die unglaublich unnötig finde. Weil ich das einfach halt auch frech finde. Ich würde auch zum Zollamt fahren und da mein Paket holen und würde mir die 6 Euro Auslagepauschale sparen. Aber die Möglichkeit habt ihr halt leider nicht. Ja, der Ton ist auf jeden Fall unglaublich gut pigmentiert und hat sich auch sehr, sehr einfach ausblenden lassen. Also sehr cool. Dann würde ich in Risky gehen und den nehme ich mir mit einem kleineren Pinsel auf und setze mir den mal hier in den Außenwinkel. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall zahlt ihr eben noch die Steuer nach und die Auslagepauschale. Das müsst ihr halt immer mit bedenken, wenn ihr im EU-Ausland bestellt. Wozu im Übrigen auch England gehört. England gehört ja nicht mehr dazu sozusagen. Seit dem Brexit. Und deshalb zahlt ihr dort mittlerweile auch Steuern. Außer es ist bei einem großen Retailer bestellt, wie zum Beispiel Beauty Bay oder Kult Beauty, die verrechnen das schon mit in den Preisen drinnen. Also da bezahlt ihr das eben nicht. Aber wenn ihr bei Indie Brands in England mittlerweile bestellt, zahlt ihr da eben auch die Steuer nach. Also das muss euch halt bewusst sein. Außerhalb der EU müsst ihr immer eine Steuer nachbezahlen. Und das müsst ihr halt einfach für euch nochmal obendrauf rechnen. Ja, weil da schon so bis zu 20 Euro nochmal oder sogar mehr obendrauf kommen können. Wie gesagt, je nachdem, für welchen Wert ihr bestellt habt. Und dann halt die 6 Euro Auslagepauschale immer noch obendrauf. Also ja, rechnet das bitte immer direkt schon mit ein. Weil wenn ihr sagt, okay, ich habe jetzt gerade noch so und so viel Geld und mehr will ich aber eigentlich nicht ausgeben. und da kommen nachher nochmal 20 Euro obendrauf, ist das schon sauviel Geld. Deshalb, da müsst ihr echt immer dran denken. Deshalb sage ich das auch in jedem Video dazu. Das, was ihr bei dem Indie Brand an der Kasse bezahlt, ist nicht euer Endpreis. Da kommen nochmal Steuern und Auslagepauschale drauf. Also bedenkt das immer mit, weil das tut natürlich dem Gelbeutel auch ein bisschen weh. Ja, also denkt da einfach dran. Der Ton ist wirklich sehr, sehr schön pigmentiert und lässt sich auch sehr einfach hier ausblenden. Also das gefällt mir gut. Sorry, falls ihr hier wieder Verkehrslärm hört. Es sind die Busse unterwegs, direkt vor meiner Tür. Dann gehe ich nochmal in Low Cut in den ersten Ton und blende hier einmal nochmal so oben drüber. Ja, aber ich muss sagen, ich habe halt gerade über Black Friday bei den Indie Brands bestellt, weil es da sehr, sehr gute Rabatte gab. Und ich dachte, gut, das nutze ich jetzt mal. Ich wollte noch ein paar Indie Brands austesten. Auch welche, die ich schon kannte, aber halt nochmal gerne ein paar Shadows davon hätte oder wollte, hätte, genau, wollte und auch ein paar Paletten. Deshalb habe ich halt auf Black Friday gewartet und habe halt da dann zugeschlagen. Genau. Ich finde es auch immer spannend, so Indie Brands zu testen. Ich weiß nicht, ob euch das gefällt. Ich kriege unter den Videos von den Leuten, die es sich anschauen, immer sehr gute Zusprüche. Es gucken sich nicht so viele Leute an wie manch anderes Video. Aber mir macht es einfach persönlich extrem viel Spaß, so neue Marken auszutesten, weshalb ich die Videos auch machen würde, wenn nur zwei Leute draufklicken würden, weil es mir einfach wahnsinnig Spaß macht. Weil ich finde, dass die Indie Brands sehr innovative Produkte oft rausbringen. Die Lidschattenpaletten sehen immer ein bisschen anders aus als so die ganzen Mainstream-Produkte. Und ja, ich habe einfach Freude daran, so Indie Brands zu unterstützen und zu testen. Genau. Das hat super funktioniert. Mir gefallen die Farben in Kombination wahnsinnig gut. Und ich würde jetzt in Cheeky gehen. Das ist dieser Shade, der so ein bisschen, ja, flaky aussieht. Oh ja, das sieht sehr, sehr schön aus. Und den gebe ich mir jetzt hier mal drauf. Wenn ihr so Shades habt, die schon so flaky im Fändchen aussehen, sind das so ein bisschen gröber pigmentierte. Das heißt, ihr seht das auch auf dem Lid. Wenn ihr also sehr texturierte Augenlider habt, dann kann das auch mal ein bisschen merkwürdig aussehen. Beziehungsweise kann es dann sein, dass es euch nicht gefällt, weil es halt die Textur auf dem Augenlid natürlich noch ein bisschen betont. Aber ich finde, das sieht einfach immer sehr, sehr cool aus. Ja, und der ist auch wirklich wunderschön pigmentiert. Ich swatch euch natürlich nachher noch auch ein paar Shades aus der Nudie Patootie Palette, einfach damit ihr da nochmal einen Überblick bekommt. Aber an sich, ja, gefällt mir das schon mal ganz gut. Ich würde mir jetzt aber den Liquid Lipstick einfach mal nochmal drüber aufgeben, auch wenn ich schon was auf der Lippe habe. Der Applikator hat wieder so eine kleine Kuhle, was ich ja sehr, sehr gerne mag, muss ich ehrlich sagen. Und ich nehme mir einfach mal wieder meinen Barbie Spiegel und trage das so ein bisschen drüber auf. Riecht sehr lecker. Und ist von der Farbe her gar nicht so weit von meinem Lippenstift entfernt. Sehr gut pigmentiert auf jeden Fall. Und mit dem Applikator lässt es sich sehr einfach auftragen. Also gefällt mir gut. Doch. Der Geruch ist so ein bisschen wie so Gummibärchen, hätte ich jetzt gesagt. Kennt ihr diese Schnüre von Hitchler, diese Apfel- oder, ja doch, Apfel-Schnüre sind es so ein bisschen, riecht es. Unglaublich lecker. Fühlt sich sehr angenehm auf der Lippe an. Ihr braucht relativ wenig Produkt. Klar hatte ich jetzt noch einen Lippenstift drunter. Aber er ist sehr deckend, dieser Liquid Lipstick. Wirklich mit wenig Produkt. Fühlt sich unglaublich leicht auf der Lippe auch an. Also jetzt nicht so, als ob ich zwei Schichten drauf hätte. Und ja, doch, gefällt mir sehr, sehr gut. Das Packaging finde ich so, naja, mir gefällt die Kappe nicht so gut, aber das ist ja eigentlich Latte, solange der gut funktioniert. Also ist ein sehr angenehmer Liquid Lipstick. Fühlt sich gut an. Die Farbe gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die meisten Liquid Lipsticks auf ihrer Seite waren alle so ein bisschen im wärmeren Bereich, was ich persönlich nicht so gerne mag, weil ich lieber kühle, stichige Lippenprodukte mag. Und der hier, also die Farbe Topless, war halt so der einzige, der nicht ganz so extrem warm war. Ja, gefällt mir aber sehr, sehr gut. Also, den kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Und das ist dann der fertige Look. Ich muss sagen, dass es mir extrem gut gefällt. Die Mattentöne waren super pigmentiert, haben sich aber auch unglaublich einfach miteinander verblenden lassen. Der Schimmerton gefällt mir sehr, sehr gut. Toll pigmentiert. Also, ja. Ich finde, die Nudi 2 Palette lässt sich wirklich super verarbeiten. Ich habe euch dann noch was von der Nudi Patudi geswatcht, einfach damit ihr das schon mal seht. Und ja, die Mattentöne sind butterweich und super pigmentiert. Und auch die Schimmertöne waren wirklich extrem weich und toll pigmentiert. Also, beide Paletten haben für mich super funktioniert. Den Liquid Lipstick fand ich ganz toll. Also, Laura Lilos Angelis ist für mich ein Brand, das so auf meinem Schirm auf jeden Fall bleibt. Und sollte sie in nächster Zeit mal wieder ein paar neue Produkte rausbringen, werde ich da auf jeden Fall zuschlagen. Sie hat ja auch eine Blush Palette rausgebracht. Die habe ich mir jetzt nicht mitbestellt. Vielleicht aber irgendwann mal, wenn sie da gute Rabatte gibt und sie noch mal was rausgebracht hat, was mich interessiert. Ja, also auf jeden Fall eine Empfehlung. Sollten euch die Produkte gefallen, ihr werdet es nicht bereuen, weil sie wirklich toll funktionieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert mich auch, falls ihr das noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss! 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 Vielen Dank.